BVB Total im Doppelpass mit der Telekom Ich bin erstmal nur unfassbar stolz auf die Jungs, dass einige von denen den vierten Titel geholt haben. Das ist schon unfassbar. Das ist so überragend, das ist so geil hier. Ich bin einfach dankbar, dass ich ihnen rein mache. Es ist einfach nur schön, so einen Abschluss zu haben in der Jugend und dann noch vor der eigenen Kulisse. Ich hätte es mir nicht mal so erträumen können. Es war schon ein sehr intensives Spiel. Auch von der Spannung her würde ich sagen, es war das Intensivste der letzten vier Jahre. Wir sind dann schwer ins Spiel gekommen, haben uns dann aber immer besser gefestigt. Wir hatten am Ende die besseren Chancen. Ich glaube, wir mussten drei oder vier Mal schon auswechseln mit Kreml. Haut doch ab! Das war einfach nur Wahnsinn und nach einer Zeit konnten die Beine nicht mehr. Aber das Herz war dann immer noch da. Ich hatte das Gefühl, wir waren stehend K.O. zum Ende. Aber die Fans haben uns getragen. Die Jungs haben sich gegenseitig weiter gepusht. Ich bin einfach nur dankbar, dass so viele Fans da waren. Das war eine Riesenunterstützung. Auch beim Elberschießen, denke ich, hat man das gemerkt. Ja, umso schöner, dass ich den am Ende dann gehalten habe und dass Amos im Training die Elfmeter eigentlich reihenweise verschießt, als gerade der, der dann den letzten Rahl macht. Das ist natürlich super. Amos im Training Amos im Training Amos im Training Amos im Training Wir sind einfach stolz darauf, nochmal eine Meisterschaft geholt zu haben und sie verteidigt zu haben. Wir sind einfach stolz darauf, nochmal eine Meisterschaft zu haben.